Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge mit Minekraft Abenteuer. Jo, ähm, in der letzten Folge habe ich das Portal gebaut, ne? Ist jetzt das da drin, ne? Drei Hunde haben wir auch schon. Damit hätten wir fast einen Teil einer Zuschaueraufgabe fertig. So, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Essen gemacht. Ja, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich habe auch vor, bevor wir jetzt richtig in die Hölle gehen, mir nochmal einen Goldapfel zu machen. Einfach nur aus reiner Sicherheit. Und ich hoffe auch, dass ich ihn richtig einsetze. Ich nehme jetzt noch Koppel mit. Damit ich mir so kleine Wegweiser machen kann. Nicht, dass ich mich verlaufe. Wäre ein bisschen blöd. Kenn mich. Das ist jetzt sehr schnell. Oh, da wärmer. Ja, ich muss erstmal alles laden. Ah, jetzt natürlich. Ach, stimmt alles. Gut. So. So, wir mal lang. Ja, Quarz würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, ich setz mal hier ein hin. Dann noch das Quarz mit ein. Ist gut viel Level. Und ich werde mein Haus damit bauen. Das steht schon mal fest. Da unten ist nix. Ah ne, da hatte ich ja glaube ich auch Quarz mitgenommen. Gut, dann gehen wir mal da hoch. So. Zack. Zack. Zombie Pick. Hoppla. Das setzt jetzt immer so hin, dass man die sofort sieht. Ah, da gibt's ja was bescheidendes. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Jetzt sind wir hier. Zack. Holzen Sackgasse. Ah, da ist noch. Die sind Quarz. Ich gehe jetzt mal da hoch und gucken, was es da so gibt. Alter, ich habe voll die Parten, der ist voll auf mich zu. Oh Gott. Ey, da kriegt man einen Puls. Da kriegt man einen Puls, wenn die plötzlich auf einen Zustür. So. Weil das hier sofort erkennt. Und wir sind hier natürlich wieder in der Ersatzgasse. War vorne auch noch was. Ich habe hier jetzt gerade ein bisschen umgeschaut. Das sind alles irgendwie Sackgassen anscheinend. Äh, ich habe jetzt hier auch noch einen Gast gehört. Ich würde sogar sagen. Ich buddle mich jetzt einfach mal irgendwo lang. Zwei da lang. Wenn die Herren mich lassen würden. So. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Äh, nix. Okay, ich habe jetzt einen ewigen Tunnel gebuddelt. Ich würde jetzt mal irgendwo in eine andere Richtung gehen. Gucken wir mal, ob ich irgendwo rauskomme. Okay, da ist Lava. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. So, gerettet rechtzeitig. Mist. Okay, das sieht hier nach Oberfläche aus. Nice. Oder beziehungsweise eine weitere Höhle. Ich habe natürlich jetzt hier Bombenviel von dem Zeug. Das heißt, ich kann Bombenviel von dem Zeug nutzen. Nice. Okay. Äh. Und wir sind in einer weiteren Höhle. Ich glaube, ich sollte das Ganze nochmal markieren. Dass wir von da gekommen sind. Gut. Ähm. Ja, das selbe Spielchen. Jedenfalls. Ah, komm. Okay, da ist ein Gast. Das heißt, da muss genug Platz sein. Ja. Lange lebe 3D-Sound. Okay. Okay. Unter dem Lavafluss muss was sein. Ja. Sieht gut danach aus. Das war halt schon die ersten Zombie-Pick-Man. Ja, das ist jetzt natürlich, habe ich das jetzt verursacht hier. Guckt mal, ob ich hier irgendwie an der Platte gekommen bin. Ja. Das ist doch so. Sehr, sehr, sehr. Ich habe mich auch sehen. Ähm. Das Ganze mal kennen wir natürlich. Au. Cool. Cool, cool, cool. Oh, da ist Quarz. Oh, nee, warte. Das ist bestimmt Lava rumdrüber. Guck mal, wie schnell genug bin. Ja, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch gerade noch einen Gold-Apfel. Döde dabei einfach. Ja. Genau. Uah. So, um das zuzumachen hier. Oh, Gott, ey. Kann ich voll nicht haben, ey. Döde Lava. So, das sieht schon mal interessant hier aus. Gast ist auch da. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir den Weg an die Oberfläche schaffen. Okay, was heißt Oberfläche? So, immer noch die Hölle. Gut. So, ja, kurz bin ich sonst, oh, ey. Irgendwie erfolglos. Also, das ist echt mal ein echt unnötiger Start in den Neter. Die Geräusche kamen ja von hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, wenn von der Lava kommt. Oder ob das nur, ja, das ist einfach nur eine Quelle. Ich muss ja von da gekommen sein, irgendwie. Sag, ich bin jetzt hier, weil das alles irgendwie keinen Wert hat. Das heißt, ich mach jetzt mal hier einfach mal dicht. Nicht, eigentlich hab ich gedacht, dass es hier gut abgeht. Aber wie man sieht, die Eisenspitzehack ist auch schon weg. Hm, hier irgendwo muss der Gast sein. Ist hier irgendwo und draußen ist es irgendwie laut. Hm, wo könnte der sein? Irgendwie ist es die Richtung, wenn ich mich nicht vollwehrt hab. Ich glaub, ich riskier's jetzt echt, mich hier hochzubauen. Okay, hier ist Magma. Soweit ich weiß, gibt's das eigentlich nur auf Lava-Höhe. Oh ja, hier hört sich's ziemlich nach Lava an. Und wir haben's an eine Art von Oberfläche geschafft. Oh Gott, ey. So, ja, das Wetterportal befindet sich eigentlich in die Richtung. Wir sind an der Oberfläche. Oh ja. Endlich. Und das ist auch schon Gast. Das heißt, das Achievement könnten wir uns auch grad holen. So, Schwert ist bereit. Da ist er. Komm, Fräulein. Nein, er hat nicht. Wie ignoriert er uns? Ich tue jetzt einfach mal so hier auch mal markieren. Ah, ja, klar halt nicht. So, wo ist denn der jetzt hin? Der ist natürlich weg. Und... Ach ja, ich hab Optifine draufgemacht. Ups, falsche Taste. Gucken, ob's hier irgendwo ne Feste gibt. Die meisten befinden sich hier in Lava-Seen, aber es kann auch immer anders sein. So, Soul Sand. Finden sieht's jetzt auch nicht so aus. Jetzt sollten wir mal ein bisschen hier kurz rumlatschen und gucken. Okay, warum ist er da? Ein Inventar geht noch. Ich hab jetzt noch ein bisschen... ...Quarz mit. So, dann suche ich halt noch ne Feste. Okay. Hi. Hallo. Hallo. Hey. Guck. Oh, komm, schon ernsthaft. Oh, ich bin... Hey. Hallo. Ja, hier. Äh. Ja. Mist. Hm. Oh, fast. Ah, der bewegt sich da lang. Also da. Wie ist es hier neben? Der bewegt sich hier. Mal schauen. Okay, das wird... Oh, da ist ja noch einer. Oh, Mist. Oh. Oh. Ich brauch den. Ernsthaft. Okay, ähm. Hier lang. Nein, da lang. Ist das zu tief? Oh, jetzt kommt er auch noch. Oh, Mist. So. Nein. Ach. Das wird echt nix. Ah, Gott. Oh, hi, 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 hi. Oh. Äh, fragt mich nicht warum, aber irgendwie hat sich das mit dem Gast irgendwie aufgehangen. Sau komisch. Ich rass nicht. Ich rass nicht. Wir und sie sind sie auch jetzt weg. Und ich hab lustigerweise immer noch Observation drin. Naja. Ist halt noch. Ah ja, das sieht man ja auch oben nach rechts in der Ecke. Ist ein bisschen komisch. Naja. Ja gut. Würde ich sagen, ähm, ich logge mich dann einfach mal hier aus. Ah, ja. 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 Ich? Gut, ich bringe mich mal kurz in die Sicherheit ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ein bisschen eklig mit dem Weg rausfinden aus dem ganzen Gedöns hier. Naja. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Und ja. Ich hab mir nicht gescreamt, wie gesagt. Das, was dazwischen gekommen. Ich glaub, der ein oder andere hat das mitbekommen mit Pokémon Go. Bin nur noch draußen unterwegs Pokémon fangen. Das gibt's nicht. Echt. Das ist so tragisch. Ich würde auch sagen, ich würde es let's playen, aber das ist, äh, ziemlich schwer unterwegs, das Ganze, äh, festzuhalten. Auf Twitter tue ich, ähm, sehr viel tweeten darüber, was ich grad so mach und Zeug. Jo. Könnt ihr bei Twitter vorbeischauen, eben unter Hashtag, was treibt Lettari. Inzwischen ist auch Hashtag Team Blau und, jo, halt Hashtag Pokémon Go. Ja. Aber wie ich sagen, sind wir uns in der nächsten Folge. Bis an. Tschüss.